Endlich traust du dich gegen mich zu kämpfen, Herr Obrine. Harte. Deine Zeit ist gekommen. Bis alles. Bis alles mit mir. Bis alles. Was ist passiert? Moment mal. Wo ist er hin? Verdammte Scheiße, er ist verschwunden. Wo ist er bloß? Verdammt, verdammt, verdammt. Ich hatte ihn fast. Scheiße, ich muss den Bankautomaten-Fan-Hater finden. Hier geht's weiter. Mann, verdammte Kacke. Dieser Herr Obrine spielt mit mir. Diese dummen Spielchen sollte er lassen. Verfluchte Scheiße, ich muss Herr Obrine und den Bankautomaten-Fan-Hater finden. Stab. Seht ihr das auch? Ist das nicht? Ist das nicht? Das ist doch der Bankautomaten-Fan-Hater. Oh mein Gott, er lebt noch. Ich wusste, dass er hier ist. Ich muss zu ihm. Ich komme. Ich komme. Verdammt, diese Burg ist aber auch schon groß. Dieser Herr Obrine und seine Architektur stinkt mir langsam sehr. Bankautomaten-Fan-Hater. Bankautomaten-Fan-Hater. Hörst du mich? Bankautomaten-Fan-Hater. Verdammt, warum kann er mich nicht hören? Er hat wohl eine Art Antisembellenschutz oder so. Alter. Verdammt. Kacke. Verflixt. Ich muss da irgendwie rein und ihn da rausholen. Hier muss es irgendwas geben, damit ich ihn von hier wegbringen kann. Herobrine. Ich weiß, es heißt Herobrine, aber egal. Zeit zu sterben, Herobrine. Sag Gott bei meinem Freund. Was? Was zur Hölle? Das kann nicht sein. Er kann nicht durch meine Waffen sterben. Verdammt, ich sollte erst mal Bankautomaten-Fan-Hater retten. So schnell wie möglich für fickte Scheißen. Vielleicht hat er eine Idee. Blasen das? Ja, eine Spitzhacke. Ich kann die Zäune abbauen, um ihn zu retten. Hater. Du bist gekommen, um mich zu retten. Ich dachte, du wärst tot. Ja. Wir müssen hier weg schnell. Sonst sind wir beide wirklich tot. Sonntag, komm jetzt. Beeil dich, wir müssen aus der Unterwelt raus. Komm los, los, los. Der Herobrine wird uns sonst töten. Verflucht, wo sind die ganzen Fakkeln, die ich hingestellt habe? Fuck, jetzt wird's schwieriger rauszukommen. Vielleicht diesen Weg. Scheiße, ich glaube, dass der Herobrine uns verfolgt. Los, los, los. Scheiße, 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 scheiße. Das ist nicht der gleiche Weg, den ich genommen habe. Ich hoffe, wir haben Glück und finden einen anderen Weg nach draußen. Oh, Schiet. Scheiße, also hier ist Sackgasse. Äh, Bankautomaten-Fan-Hater, wo bist du? Was zur... Nein, Bankautomaten-Fan-Hater. Nein, 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 Bankautomaten-Fan-Hater. Nein, nein. Hater, ich bin so froh, dass du mich überhaupt gerettet hast. Ich, ich will, dass du diesen Herobrine tötest. Vernichte ihn. Rechtlich für mich, du musst ihn töten. Dieses... Monster kann man normal nicht töten. Du brauchst eine besondere Waffe. Als wir beide in Minerkraft gekommen sind und ich in diesem Haus war, hab ich dieses Schwert gefunden. Benutz es. Töte ihn damit. Lebel, Hater. Du wirst es schaffen. Lebel. Nein, 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 nein. Er ist tot. Er ist tot. Nein, ich will Rache an. Ich Bierons... Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020